Ja, war natürlich schade. Wir haben zwei Tore gemacht, die hat der Schiedsrichter wieder zurückgepfiffen wegen angeblichem Abseitsspiel. Das war schon eine harte Entscheidung für uns. Aber die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit gerade immer versucht, nach vorne zu spielen, hat den Gegner unter Druck gesetzt, hat aber leider die entscheidenden Situationen nicht die Tore gemacht. Und das wirft uns heute momentan etwas zurück. Aber da lassen wir uns jetzt nicht aufhalten. Konzentriert weiterarbeiten und dann werden wir auch wieder die Punkte einfahren. Ja gut, wie gesagt, Sandhausen ist der klare Favorit. Wir gehen da jetzt diesmal nicht als Favorit ins Spiel, ist mal was anderes. Ja, und vielleicht spielt die Mannschaft auch so, befreit er auf und hat einfach den Druck nicht.